Was ist das Ziel der Behandlung, dass Sie möglichst symptomfrei sind und dass Sie möglichst keine Einschränkungen im Alltag durch Ihr Asthma erleben und dass die Situationen, wo Sie zum Beispiel im Rahmen eines Infekts, einmal mehr Symptome haben, dass die möglichst kurz sind. Womit man sich möglichst nicht zufrieden geben sollte, wenn man Asthma hat, ist, dass man eine anhaltende Leistungsminderung hat oder dass es häufig zu Bonchitis-Episoden, zu Verkühlungen kommt, dass Antibiotikatherapien häufig erforderlich sind oder gar, dass Cortison-Tablettenkuren häufig erforderlich sind. Auch nächtliche Asthma-Anfälle sollten die absolute Ausnahme sein und wenn die häufig auftreten, dann ist das ein Alarmsignal und dann sollte man noch einmal genau schauen, ob dieses Asthma, das diagnostiziert wurde, ausreichend behandelt ist oder ob nicht vielleicht doch eine spezialisierte Betreuung eine Verbesserung bringen könnte. Wenn Asthma lange besteht und auch unzureichend behandelt ist, kann es passieren, dass die Leistungsfähigkeit insgesamt abnimmt und dass Belastungen im Alltag gemieden werden und dass eine Dekonditionierung entsteht, also dass die körperliche Fitness abnimmt. Und das ist etwas, wo wir möglichst viel dran setzen sollten, das zu vermeiden. Wenn wir bei einem Menschen Asthma diagnostiziert haben und das Asthma behandeln, erwarten wir eigentlich mit relativ geringen Maßnahmen, nämlich inhalativen Medikamenten, eine rasche Verbesserung. Wenn die nicht eintritt, müssen wir immer hinterfragen, was wir eigentlich behandeln. Ob vielleicht eine andere Erkrankung vorliegt oder ob vielleicht eine zusätzliche andere Erkrankung vorliegt. In diesem Zusammenhang hat man früher auch gesagt, Asthma kardiale, also Menschen mit einer Herzinsuffizienz, mit einer Herzschwäche, können auch durchaus Symptome von Atemnot und Husten entwickeln. Das ist das eine, das wir Herz-Kreislauf gewissenhaft auch ansehen müssen. Das andere ist, dass natürlich auch die zweite große obstruktive Lungenerkrankung, also die COPD, die chronische Bronchitis, die meist als Folge des Rauchens auftritt, sich ähnlich äußert wie Asthma. Also auch hier kommt es zu Husten, zu vermehrter Schleimbildung, zu Exerzervation, also zu Einbrüchen der Lungenfunktion, wo es plötzlich deutlich schlechter geht mit der Atmung als vorher. Und das sind zwei Erkrankungsgruppen, die ähnlich sind, aber doch sich unterscheiden und die auch unterschiedliche Therapien teilweise erfordern. Das heißt, wenn die Asthma-Therapie nicht so gut funktioniert, wie wir uns das wünschen, müssen wir die Diagnose hinterfragen und müssen noch einmal genau hinschauen, ob vielleicht nicht auch eine andere Erkrankung vorliegen könnte. Sassengericht